Ausgangsposition ist die Schrittstellung. Das vordere Bein ist gebeugt. Achtung, das Knie darf nicht über die Fußspitze hinausragen, sonst wird es zu stark belastet. Die Hüfte leicht nach vorne drücken und die Ferse dabei anheben. Um die Dehnung zu verstärken, dreht man den Oberkörper in Richtung des vorderen Beins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017